Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video darüber, warum die Goblins aus Goblin Slayer überhaupt so gefährlich sind. Denn leider klären der Manga und der Anime nicht ausführlich, warum die Goblins für manch eine Abenteuergruppe ein großes Problem darstellen und warum sie ständig unterschätzt werden. Im Wesentlichen dreht sich das Problem bei der Goblin Jagd darum, dass die Belohnungen, ich sag mal, unzureichend sind. Und die meisten Abenteurer wollen nicht für einen Hungerlohn arbeiten, denn Goblins sind relativ schwach und die von ihnen angegriffenen Dörfer sind normalerweise arm und daher nicht dazu in der Lage, stattliche Kopfgelder auszusetzen, die dann starke und mächtige Leute anziehen. Im Gegenteil, diese geringe Bezahlung entmutigt hochrangige Abenteurer und hält sie davon ab, Goblin-Quests anzunehmen und sich daran zu beteiligen. Anstelle dessen ziehen diese Missionen oft unerfahrene Abenteurer an, die dann damit beauftragt werden, scheinbar diese kleine Herausforderung, diese lästige Goblin-Plage zu bewältigen. Natürlich sind sie auch bestrebt, ihren Rang zu steigern und Leuten in Not zu helfen. Aber diese Kombination aus schlechter Bezahlung, Naivität, schlechtem Equipment, Mangel der Feindkenntnis oder der Überschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten, führt oft zu tragischen Ergebnissen, insbesondere für jüngere Abenteurer. Darüber hinaus sind sich die Gilden sehr wohl bewusst, dass wenn sie weiterhin Gruppen aussenden, um Goblins zu bekämpfen, letzten Endes die Goblins irgendwann, früher oder später, wenn auch nach einigen Verlusten, beseitigt werden. Und ich finde es genial, wie Goblins-Slayer die Gefahr, die von Goblins ausgeht, dadurch verstärkt, dass die meisten Leute, die Goblins bekämpfen, unerfahren, ignorant und sehr naiv sind. Dass es ökonomische Gründe gibt, dafür, dass man nicht die besten und stärksten Abenteurer aussenden kann, um Goblins zu besiegen. Dass es keine Expertengruppe gibt, die sich den Goblins annimmt. Sondern weil die Goblins von den Menschen konstant unterschätzt werden, sind sie viel gefährlicher für die Gesellschaft und natürlich für die einzelnen Dörfer und Menschen und insbesondere die Abenteurer im Speziellen, als wenn sich die Welt, ich sag mal, hinsetzen würde, sich zurücknehmen würde, alle Fakten, alle Dinge über die Goblins, die man weiß, aufschreiben würde und jeden Abenteurer, ich sag mal, gründlich darüber aufklären würde, wie gefährlich die Viecher sein können, was ihre Taktiken und Strategien sind und dass man sie keinesfalls unterschätzen sollte, nur weil ein normaler Mensch einen normalen Goblin in einem 1 gegen 1 Kampf besiegen kann. Denn die Viecher kämpfen nicht 1 gegen 1 und ihre Anzahl und ihre hohe Fortpflanzungsrate sind mitunter ihre größte Stärke. Okay, soweit zur kleinen Darstellung vor dem Beginn der zweiten Staffel von Goblin Slayer und nun seid ihr in der Reihe. Schreibt ganz gerne eure Meinung zum Anime und natürlich zu den Goblins und zu meinem Video selbst ab in die Kommentare. Und während ihr das tut, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an... AniMangaTV.de BluePlanet6 WhiteWorldBest Philipp Mr.TNT Fabian KaribasasMaske DavidAndre Hope Hauer NixMockdir Sebastian DarkPhoenix1 Despotanis Neymasa1106 PengDerPirat FlorianPeter Lordikon3D Kitsune Mr.FunnyGuy TivaTiva TobiCTZ Und Kirul Tepes Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag. Ulrich Konzo Al Sizor Dr.анов Cres